So, Leute, ich komme hier zu einer neuen Folge, Skywars, ja, ja, ähm, so, jetzt mal anzünden, alles klar, erst mal zurückgebracht werden, ach, nice, ähm, Dia, das ist ja schon mal sehr praktisch, so, können wir uns direkt mal Dia-Schwert craften, ja, falsch geplaced, äh, pot zwei Hose, so, jetzt ist ja eigentlich nichts mehr und dann bauen wir uns mal direkt in der Schutzzeit noch warm, oh, macht der Nachbar das auch schon? Ah, guck mal, unser Nachbar macht das auch schon, verstecken wir uns mal hier. So, den plätten wir mal, so, GG, ähm, so, 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 ach, Denise ist online, hallo, Denise? Oh, da hat sich einer mit einer Enderpille drüber tippiert. Das hat man gesehen. So, ich bin auch von dem Filmlogo gekillt, alles klar. So, jetzt hab ich auch schon, der war einfach, ah, Assassino. Einfach, ah, alles klar. So, ohne die Gerüstung erstmal wegpacken. Das weg, das weg, die kann man auch eventuell gebrauchen. Damit er nicht sofort von hinten kommen kann. Das ist schon mal cool. Wir saufen mal den hier. Ich glaube, der war Pyro. Wenn er Pyro gewesen wäre, dann, äh, hätte er einfach sein Pyro-Schwert nehmen können. War er aber nicht. So. Das nehmen wir wieder raus. Damit das jemand anders hat. 14 Dias. Ah, okay, 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 okay. Komm runter. Ich hab Fire Residu. Lava macht mir nix aus. LOL. Den nehmen wir mal mit. Okay. Ah, da ist einer. Da ist einer. Äh, dann machen wir jetzt mal anders. Ich hab kein Holz. Da ist Holz. Dann machen wir das mal ganz anders. Mir fehlt noch ne Hose und ein Helm. Ne, zwei Hose wollte ich mir nicht machen. Ne, zwei Hose und ein Helm. Genau. Wenn du mir ein Djemble frisst, friss ich auch ein Djemble. Mäh. Ich hab ein Scharpschwert, Kollege, gg. Dann zieh wir jetzt mal. Alter, äh, Leute. Kommt dann immer alle zu mir. Ich hab mal ein Djemble. Die Protteinshose. Ich hab eigentlich jetzt einen Helm entscharten. Ah, ich hab ja noch einen Helm. Da hab ich sogar Prod drauf bekommen. So. Ich hab auch irgendwie keine Enderperle, ne? Wie viele sind wir noch? Drei. Drei, drei, drei. Nächstes dort. Gönnen wir mal. Die Nische ist wieder auf, nein. Ja, wir sind voll enchant. Ja, das kann gut gehen. Wobei, hab ich einen Amboss? Ich hab einen Amboss. Wahrscheinlich zu teuer, ne? Kostet 10. Mit Lockback auch noch. Äh. Warte mal. Kriegen wir hier irgendwo XP noch her? Ne, scheiße. Kann ich noch zurücklaufen? Ist der Dude schon da? Ne, der ist noch nicht da. Ey, dann kann ich mir ja noch ein geiles Schwert craften. Hier war auch schon alles abgefarmt, ne? Ja. Muss ich halt auch nochmal da hin zurück. So. Hier sind auch schon die Diasäcke vom Fak. Alter, hier ist ernsthaft. Hier ist Kohle. Komische Kohle. Oh, fuck. Ich will ungern diese ganzen Albums hier haben. Alter, gib mir das jetzt ernsthaft keine XP. Okay, die sind... Weiß nicht, jetzt nehm ich schon das Knockback. Ja, ich nehm das Knockback-Ding. Wo ist denn der? Na komm, gehen wir wieder doch zu dem. So. Scheiße, ey, dass mir das jetzt... Das Kohle jetzt nur so wenig XP bringt, ist echt doof. Aber naja. Soll ich mal was essen. Was ist denn der? Eine Base weiter noch. Oh, lol. Komm schon, bringt mir das wenigstens bis auf Level 10. Geht das? Eventuell kann ich es ja doch noch machen. Jawoll. Minimal geiles Schwert. Ach, gegen den... Der hat ja nur... So eine Mäh-Rüstung, ne? Okay, das sollte ich jetzt nicht tun. So. So. So, das macht uns nicht so viel Schaden. Also nicht so viel, dass wir uns unbedingt heilen müssen. Ah, da waren wir jetzt drei Heilsenken auf einmal gesteckt. Könnte praktisch werden. Wo ist denn der hin? Der ist unten. Damit der uns nicht sofort schlagen kann. Erstmal ein bisschen hochbauen. So. Haben wir einen Weg zu dem? Wir haben einen Weg zu dem. Hehehehe GG Hashtagine FM Oh, ein Voll. Cool. Töten. Zweite Runde. Ja, das fängt ja jetzt wieder gut an mit dem Blut. So, äh, die erste Runde war das Schwertzolle auch nicht. Die erste Runde war ja echt Premium. So, ich hoffe, vielleicht wird diese Runde ja auch noch so Premium. Vom Blut her ist es eigentlich ganz okay. So. Können wir eigentlich auch sofort ein Gearschwert craften mal. Was kann ich mir denn noch craften? Ah, Hose brauche ich nicht. Mache ich den Helm raus. So. Enttäusche mir mit dem Schwert hier mal an. Einmal rüber. Der war noch nicht da. Ist überhaupt einer? Seh. Der ist oben. Der ist da oben. So. Der ist tot. Der war auch da hinten, ne? Na ja. Hat der wenigstens Protschuhe gehabt? Jawoll, der hatte Protschuhe. Und noch ein... Okay, wir kriegen Besuch. Finde ich nicht so geil. Doch. Ah, der kommt von außen, oder wat? Das ist halt natürlich doof, ne? Der hat sich rüber gebaut. Der hat sich rüber gebaut. so. So. Für Spakiusen bezahlt mit seinem Tod. Bäh. So, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr antäuschen mit dem Schwert. Ah, da kommt einer. Der hat noch ein Goldabwild drin, ne? So. So. Der kommt von da oben. Na, komm, komm runter. Ich seh, 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 ich weiß halt, dass er da ist, ne? Und Schuss. Erste Runde geht, äh, also die zweite Runde geht gut weiter, so wie die erste. Das finde ich schön. Kann ich auch endlich mal meine KD ein bisschen hoch hauen, da war ich wieder in dieser... Ohne will zu wissen, ich frage mich, was das immer ist. Bei mir bekommt man dieses komische Bild halt, dass ich irgendwie so komisch rumspazel. Ups, da geht's nicht runter. Da geht's runter. Sechs. Sieben. Ist mir noch ein Dier irgendwo? Bitte, bitte, bitte. Ne. Ist nicht hier hinter irgendwo? Rein zufällig. Ohne, das ist ein Silberfischstein. Den baue ich dann jetzt nicht ab. Okay, dann ist hier wahrscheinlich erstmal kein Dier mehr. Ähm, wie viele Menschen sind es denn noch? Und da kommt ein Full-Dier-Type zu mir. Hey! Habe ich einen Jeppel? Ne. Hm. Sie ist Full-Dier. Gegen den könnte ich echt verlieren. Ah, komm. Oder ich kick ihn runter. So. Tschüss. Nepp. Rack. Ne, schreibe ich jetzt nicht. So. Angeblich Hacks. Genial. Jo. Auf jeden Fall wieder als Hacker bezeichnet worden. Auch schön. Auch wieder. Schön zu hören. So. Dann hole ich mir eben kurz hier die Diers. Uh, die auch abgebaut. Ja, toll. Ist da irgendwas drinnen? Ist da irgendwas drinnen? Nein. Okay. Ich habe gerade da eigentlich gehört. Aber er ist dann doch nicht da. Oder ich habe mich gerade... Ey. Geh mich doch hier hoch. Oder ich habe mich verhört. Gut. So. Hier wurde auch alles abgebaut. Es sind nur drei. Davon einer da. Der andere wahrscheinlich dort oben. Dort in der Mitte. Oder hat sich weg... Nee, 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 nee. Der Typ aus der Mitte hat sich zu mir gebaut gehabt. Lol. Okay. Wir haben natürlich jetzt einen blöden, blöden Nachteil. Und zwar, dass die anderen voll Diers sind. Wahrscheinlich beide. Jetzt haben wir schon mal den in der Mitte ausgenockt. Sind hier ein paar Diers? Jawoll. Hier sind Diers. Kann ich mir eine Brustplatte schon mal craften. Acht. Acht reicht für eine Brustplatte. Die war anscheinend gar nicht gelootet, die. Und es lebt nur noch einer. Und das ist dieser Full-Dier-Typi. Doch, die ist gelootet. Hm. Ich versuche mir trotzdem mal die Brustplatte. Schwert habe ich ja schon... Leider habe ich keinen Zaubertisch. Ein Zaubertisch wäre jetzt echt praktisch. Heiltränk habe ich auch nicht mehr. Meinen Feuer-Resistenztränk habe ich auch nicht mehr. Den habe ich irgendwo abgelegt. Uff. Jetzt muss ich gucken wo der ist. Komm, was habe ich natürlich auch nicht. Ui. Also, meines Wissens ist er in der Mitte. Okay, ist auch komplett gelootet. Dann gehen wir mal in der Mitte. Da ist er auch. Da hat er drin in der Mitte einen Zaubertisch. Hm. Ist natürlich jetzt ein... Ist das... Ich werde eigentlich gezaubert. Nein. So, dann rennen wir in der Mitte. Ich weiß nicht wie er es nach unten geschafft hat. Wahrscheinlich mit Wasser. Hab ich Wasser? Ja, ich hab Wasser. Überraschen wir ihn? Ja, komm, wir überraschen ihn mal. Das macht mehr. Okay, er checkt nicht, dass wir da sind. So. Wenn wir den jetzt noch bekommen, Alter. Wuh. LOL. GG. Hashtag in FM. Auch wieder eine saubere Runde. So, sehen wir uns wieder in der nächsten. So. Dritte Runde. In Skivers. Wir haben irgendwelche gelben Menschen. In der Runde. Ich weiß nicht wer das war. Und zwar, genau. Hypo Drache, YouTube und Hypo Kratis. Das sind wahrscheinlich Primo Plus Leute. So. Ich bin mir dabei gar nicht so sicher. So. Ich hoffe, diese Runde wird auch wieder so geil wie die ersten beiden. War ja mal ein Genius. Was? Äh. Fünf. Sechs. Sieben. Hier oben müsste noch eigentlich eine sein. Nein. Scheibenkleister. Sieben. Nur sieben. Was? War hier nicht immer noch irgendeiner? Verdammt. Keine Brustplatte. Dann mach ich mir eine Hose. Ah. Warte mal. Sieben. Die Brustplatte weg. Aber wir haben schon mal unser Schwert. Wir können mit dem hier antäuschen. Mhm. Der macht sich wahrscheinlich jetzt gerade ein Rot. Oh Gott. Wir haben aber mit dem so einen Egano. Oder baut sich ebenfalls hoch. Oder er spricht. Na gut. Der hat es verkackt. Hippokrates. Hehehe. Lol. Er ist gelb. Warum ist denn der gelb gewesen? Ich bedrache YouTube ist in der Mitte. Ich bedrache YouTube ist in der Mitte. Oh Gott. Doof. Döfchen. Das ist Döfchen. Was ist das so eine Rot hast? Ah. Der Hypodrache der wäre auch noch zu mir. Ah. Guck. Da kommt er. Der Hypodrache. Ah. Da ist auch noch einer. Und. Tschüss. So. Den habe ich. Döfchen. Und da ist die Hypodrache. Der hat. Äh. Irgendwas drin. Egal. Ist nicht so schlimm. Eine letzte Runde. Die bisschen schlechter ist. Ist ja auch nicht so schlimm. Wer ist die Hypodrache? Das gucke ich jetzt gleich mal nach. Ähm. Ja. Würde ich sagen. Äh. Like nicht. Also lasst ein Like. Damit es euch gefallen. Und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.